Was ist das für ne Map? Okay. Alter, ich bin 60er, oder? Nö. 42, ja. Oh, das sieht schon so fit aus. Oh, ich bin genau so zwischendristig. Kai hat's Maul. Okay, 3, 2, 1... Ja Leute, willkommen zur weiteren Runde Minecraft survival games mit der Waisen Max und Kai. Hi. So, am Anfang würde ich eh raus. Oha! Als ob jetzt alles zu kommen und aus der Kiste. Also shoppen wir, shoppen. So. Cockweb. Cockweb. Ich hab früher mal Cockweb gesagt. Ich dachte, das stimmt. Cockweb. Ja, survival games kam lang nicht mehr. Jetzt kommt's doch wieder. Sogar mit dem Team Taxi am Start. Ah, ich seh euch. Soll ich zu... Nice, ne Waffe. Bist du da Kai? Oh, Kai. Nein. Ich kitz mein Team. Oh, oh, oh. Scheiße. Intents. Die haben gar nicht. Die haben gar nicht. Die haben ja kein Schwert, Tom. Doch. Das ist... Das ist... Just two Intents. Ja. Bist du Max? Ey, schau mal Kisten. Kisten. Das heißt auch Touren. Oh, das ist ja noch jemand. Ja, du seh dich. Tom. Hey da. Wo ist der? Äh, ist ja jemand hinter... Achso, das ist Kai. Hast du die Waffe? Für mich? Nein. Ey, den Team hab ich eben auch getargetet. Ja, meiner. Komm doch, Junge. Meiner. Ich kill den One-Hit. Boom! Boon! Boon! Alter, was war das für ein Boost? Das war Boost 3. Ich hab eine Waffe, ich mag es hier. Heel-Heel-Heel-Heel-Heel-Heel-Heel-Heel-Heel-Heel-Heel-Heel-Heel-Heel-Heel-Heel-Heel-Heel-Leute. Der hat... Du hast Feuerzeugmehr an. Ich feierte hier. Ja, boost mich doch! Ich feierte hier, Mann. Ja, Zeit-Fur... Sorry. Wir haben vollgemacht. Wo ist der da oder? Nein, doch. Der ist da. Ich hab äh, Kompass. Achso, ich entferne euch mal. Zack. Nein, hallo, nicht entfernen! Do. So, der nächste ist hier drinnen, zu viele Geweiße schon. Ach du! Abo! Geh weg, Max! Bitte! Nein! Ist dumm! Abo Red, Alter! Abo Red, der echte? Du hast das Vollzeug in mich gesetzt! In dich! So richtig in dich rein, Alter! Hi, ich hab was für dich! Nämlich das! Und das! Und das! Und das! Oh, dann ist es jetzt Zeit! Oh, Garius zu spielen! Nein! Schluss bei Kate ist uns, ghostet uns! Na klar! Ja! Ok, wo ist das nächste Eisentwert, Max? Ich kann sie auch... Ich kann sie auch... Ich kann sie in die Kiste gucken! Ja! Erkennt sie das? Was kann ich? Nein! Kann ich nicht! Nix kann man hier nicht ertrinken! Klar kann man hier ertrinken, Mann! Hier ist eine Echse! Ja, der hat Eisentwert oder so! Der ist gut! Pass auf! Den hab ich eben verfolgt und dann bin ich wieder zu dir gegangen! Immer schon! Oh, ich hab den Verliertsgegeben, Mann! Ja, ne! Ja, das ist der für Cockroach! Ich hab eine Steinaxt! Loch! Egal! Alles gleiche! Axt ist Axt! Dein Ernst? Hör auf dich zu boosten! Ja, warum? Boosten ist Boost! Boost! Mag of Boosting! Wir töten den Mann! Was für ein Schwerter hast du nun, Kai? Stein! Nice! Alter! Ja, nice! Haha! Hey, dein Ernst! Hör auf! Haha! Ich hab nur Hahahaha! Ich hab nur Lachflash! Weißt du! Ganz ehrlich, wenn so Leute ein Satin oder ein Haar schreiben, ich könnte in die Fresse boxen! Haha! Hä, ist doch so! Genau so, wenn es Leute spaßigst wie du sind! Man muss die Gegner nerven! Weißt du! Der heißt ein Rage-Kiddy! Hi lol! Wieso wackelt man Tessertur? Ah, jetzt nicht mehr! Ich glaub, wir haben einen treuen Abonnent! Hey! 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 Du musst den Targeten! Der hat glaub ich gar keiner für den Typ! Nein! Wenn wir den sind, teamen wir mit dem! Doch! Nein! Wir Targeten! Ich krieg euch eh! Machst du? Nein! Ich komm nicht! Das ist die Tour Team-Takeout! Flo, wir müssen die Team, Alter! Ja! Ab wann! Ey! Der hat bessere Rüstung als ich, ne? Der hat was Schwert als ich! Lauf! Ey! Jetzt hast du das erst! Junge, ich brauch das Schwert! Ja! Ich kann vergeben, da! Achtung! Hinter dir! Ah! Ich sterbe! Nur wegen dir! Fick dich! Junge! Ich hab Goldapfel, ne? Ja! Lauf erstmal jetzt ein bisschen! Ich hab jetzt ein halbes Herz gerade gehabt! Soll ich dich schlagen? Nein! Oh Mann! Ist er auch hinter uns? Ja! Nee! Vor uns! Ah! Ich hab nen Leck! Boah! Ich hab dich gerettet! Lauf doch! Er hat schön dein Leben! Er ist safe! Juhu! Machst du dein Schwert? Ich bin nicht safe! Lauf! Das ist wieder weggerottet! Hilfe! 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 Oh Gott! Wo bist denn du? Da sind noch mehr Leute! Nein! 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 Unseren! Äh! Sorry! Das piep ich aus! Nice! Alter! Das hat schon gemacht! Laufwerk Kai! Ja! Oh Gott! Ja der kann doch auch! Mit der Bogen? Nein! So jetzt geh mal bitte weg! Äh! Ich hab nen Goldapfel noch! Immer noch ne? Ja gib dem mal! Ich hab sogar zwei! Achtung! Warte! 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 Guck mal jetzt bist du down man! Gucke! Ich hab nicht mehr zu sagen! So! Ich hab einfach Goldapfel auch gegessen! Alter! Und Max wie siehts aus? Ah der ist weg! Was ist? Wie siehts aus? Wo? Beim Flag tasten! Hä? Gibt's keine Hosen? Ne. Ja, merk ich. Ah, der Deathmatch. Ey, Junge, ich mach Hosen! Ja? Wie wenn du keine Hose hast. Hey, da war doch, da ist eine Goldhose drin. Ich hab dir deinen zugeworfen. Oh, ich hab voll wenig Essen, Mann. True need Hose. Lauf halt noch mal rein, Kai. Wo denn? Hä? Da muss irgendwie ne Hose liegen. Ist keine Hose, Mann. Ja, guck mal im Inventar. Da ist keine. Ja, ich hatte aber... hä? Thomas, du einen im Inventar? Hier liegt einer am Ufer. Ah, ja, hier. Ah. Hast du sie? Ja. Oh Gott. Ist, glaub ich, auch ein Team? Nebelkaktus, Alter, der hat voll den PvP krassen Namen. Nebelscheiß. Kaktus. Wie lange brenn ich denn, bitteschön? Ja, bin ich über Arsch, Mann. Junge, hör auf Kai! Du mal Spasti! Ja. Schlecht, Mann. Okay, Leute. Ich hatte nur mit der Hand geschlagen, Mann. Sieben-Kills-Route, Leute. Das läuft doch. Das war mal seit langer Zeit wieder durch Runde Survival Games. Falls ihr mehr sehen wollt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Das seht man wahrscheinlich dann ohne Kai, nur mit Max. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal. Und... Ciao! Ciao! Tschüss!